Ich habe auch wieder umgestellt, mehr auf Intellekt. So wollte ich das vorher auch machen, aber da ist immer einer gekommen, ob man es wegkommt. Nicht du. Das warst nicht du. Dass er ja die Nummer 1 ist. Okay. Okay. Das war's für heute. Auge des Sturms, was ist denn das wieder? Später gefallen. Ich hab ja normal kein Problem, aber wenn man da einen Standort hat und dann ständig hin und her, damit man ja alle erwischt, das muss ich nicht haben. Das war's für heute. 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 Okay. Ja. Ich bin da gefallen. Warte aber noch eine Grippe. Schwarze Wachsgötze. 38.000, siehst du, das ist doch mal was. 40.000, siehst du, das ist doch mal was. 40.000, siehst du, das ist doch mal was. 40.000, siehst du, das ist doch ja. Ja, 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 ich bin noch da, außer du willst mir loswerden. Hätt das rein können. Ja, wenn es abgestimmt ist, geht, das ist sie. Das Gefängnis der Alten preist euch willkommen. Beeindruckt euren Aufseher, ja? Runde eins. Hexis, der Betrogene. Du bist ja der Betrogene. Das ist vielleicht doch nicht schlecht, wenn man die Zaful neidet. Entschuldigung, verziehe ich mich schon, ich gehe in ein anderes Eck. Ne, ne, ich gehe in ein anderes Eck. Ich gehe in ein anderes Eck. Ich gehe in ein anderes Eck. Das war's. Aufshalb der Ferse. Aufshalb der Ferse. Aufshalb der Ferse. Aufshalb der Ferse. Okay. 3-Tucker-5 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 Braucht es nicht, sind sie zu euch rübergekommen oder packt sie es alleine? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.